Dr. Joseph Murphy, wie man an sich selbst glaubt, gelesen von Walter Kreier, erschienen bei Alegria im Hörbuch Hamburg Verlag 2006. Machen Sie Ihre Träume wahr. Ein erfolgreicher Industrieller erzählte mir einmal, wie er in einem kleinen Geschäft angefangen hatte. Er sagte, dass er immer wieder von einem großen Unternehmen mit Zweigstellen überall im Lande träumte. Er fügte hinzu, dass er sich regelmäßig und systematisch in seinem Bewusstsein, sozusagen vor seinem geistigen Auge, riesige Gebäude, Büros und Werkhallen ausmalte. Er wusste, dass er durch die Alchemie des Geistes den Stoff heben konnte, mit dem sich seine Träume kleiden würden. Sein Wohlstand nahm zu, und aufgrund des universellen Gesetzes der Anziehung begann er, die Ideen, Mitarbeiter, Freunde, Geldmittel und alles sonst notwendige anzuziehen, um seinem Ideal Gestalt zu geben. Er gebrauchte und kultivierte seine Vorstellungskraft und lebte mit diesen mentalen Mustern in seinem Bewusstsein, bis die Imagination sie in einer äußerlich sichtbaren Form manifestierte. Eine seiner Bemerkungen fand ich besonders aufschlussreich. Es ist genauso einfach, sich vorzustellen, erfolgreich zu sein, wie sich vorzustellen, zu versagen. Und das erste ist doch viel interessanter. Die mentalen Bilder, die wir im Geiste bewahren, werden auf der Ebene des Gefühls entwickelt. Es heißt zu Recht, dass alle unsere Sinnesempfindungen Spiegelungen eines einzigen inneren Sinnes sind. Es gibt so etwas wie eine Gesetzmäßigkeit, dass wir das, was wir tief empfinden, dann auch manifestieren. Das Gefühl ist der Springbrunnen von Macht, im Sinne von Kraft, nicht als Gewaltanwendung. Wir müssen unsere mentalen Vorstellungen und Bilder mit Gefühl aufladen, um Ergebnisse zu erzielen. Vielleicht haben Sie einen Traum, ein Ideal oder ein Ziel, das Sie gerne erreichen möchten. Stellen Sie diesen Traum auf einen Sockel. Erhöhen Sie ihn. Lassen Sie sich aus ganzem Herzen und mit voller Energie darauf ein. Loben Sie ihn. Geben Sie ihm Ihre volle Aufmerksamkeit, Liebe und Hingabe. Wenn Sie das tun, werden alle ängstlichen Gedanken die Kraft verlieren, Sie zu blockieren. Aufgrund Ihrer Fähigkeit, sich den erstrebten Endzustand vorzustellen, haben Sie Kontrolle über alle Umstände und Bedingungen. Wenn Sie irgendeinen Wunsch, eine Sehnsucht oder Idee verwirklichen möchten, gestalten Sie ein mentales Bild der Erfüllung in Ihrem Geist und Sie erinnern sich ständig an die Wirklichkeit Ihres Wunsches. Auf diese Weise zwingen Sie ihn zur Manifestation. Was Sie sich als wahr vorstellen, existiert in der nächsthöheren Dimension des Geistes bereits. Wenn Sie Ihrem Ideal treu bleiben, wird er sich eines Tages auch in einer irdisch greifbaren Form verwirklichen. Der meisterliche Architekt in Ihnen wird auf der Leinwand des irdischen Lebens das sichtbar machen, was Sie Ihrem Bewusstsein eingeprägt haben. Ihre Vorstellungskraft kann jeder beliebigen Idee und jedem Wunsch eine Gestalt, eine Farbe und ein Gesicht geben. Sie können sich Fülle und Überfluss vorstellen, wo Mangel besteht, Frieden, wo Streit herrscht, Gesundheit, wo Krankheit ist. Die Kraft der bewussten Imagination ist die höchste Fähigkeit und sie beherrscht alle anderen Kräfte und Faktoren unseres Bewusstseins. Ihre Vorstellungskraft befähigt Sie, dass Zeit und Raum in sich zusammenfallen und Sie sich über alle Begrenzungen erheben. Wenn Sie Ihre Imagination auf noble, göttliche Konzepte und Ideen ausrichten und sich geistig nur damit beschäftigen, dann werden Sie feststellen, dass diese Imaginationskraft in Bezug auf Ihre spirituelle Entwicklung die wirksamste all Ihrer Fähigkeiten ist. Denken wir einen Moment lang an eine herausragende, talentierte Architektin. Sie kann eine wunderschöne, moderne und lebensfreundliche Stadt entwerfen, die Leben und Arbeit und Erholung zu verbinden versteht. Oder sie kann ein Landhaus entwerfen und dabei das schönste Gebäude der Welt konzipieren. Wo waren diese Gebäude, bevor die Architektin den Bauleuten ihre Pläne gibt? In ihrer Vorstellung. Die Kraft Ihrer Imagination ist zu wundervollen Ergebnissen fähig. Sie selbst können diese Kraft entwickeln und kultivieren und damit erfolgreich, wohlhabend und erfüllt werden. Es kommt auf Ihre Einstellung an. Sicher wissen Sie, wie wichtig im Geschäftsleben die richtige Einstellung ist. Vor vielen Jahren hatte ich einmal einen kleinen Artikel über Reinkarnation drucken lassen. Die Broschüren lagen am Buchtisch einer Kirche aus, in der ich Vorträge hielt. Anfangs wurden sehr wenige verkauft, weil die Verkäuferin ganz und gar gegen den Inhalt dieser Broschüren war. Ich erklärte ihr die biblische Bedeutung von Reinkarnation, den Ursprung der Geschichte und worum es sich dabei wirklich handelte. Sie nahm das auf und war ganz begeistert. Und schon vor dem Ende meiner Vortragsreihe waren alle Broschüren ausverkauft. Das war für mich erneut ein kleines, aber praktisches Beispiel für die richtige mentale Einstellung. Ihre mentale Einstellung betrifft Ihre eigene mentale und emotionale Reaktion auf Menschen, Umstände, Bedingungen, Situationen und Gegenstände in Ihrer Umgebung. Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihren Kollegen? Gehen Sie freundschaftlich mit Menschen, Tieren und der Welt im Allgemeinen um? Glauben Sie, dass das Universum feindselig gesonnen sei oder dass die Welt Ihnen Ihren Lebensunterhalt schuldig ist? Kurz gefragt, was ist Ihre persönliche Lebenseinstellung? Sie können die richtige mentale Einstellung entwickeln, wenn Sie erkennen, dass es nichts im Äußeren gibt, dass Sie ärgern oder verletzen könnte, wenn Sie dem nicht auf der mentalen Ebene zustimmen würden. In Ihrer Welt sind Sie der Einzige, der denkt. Demzufolge kann nichts in Ihrer Welt Sie verstimmen, traurig machen oder Ihnen Sorgen bereiten, wenn Sie nicht mental Ihre Zustimmung geben. Realisieren Sie, dass Sie die Meisterin bzw. der Meister Ihrer Gedankenwelt sind. Emotionen folgen dem Denken. Somit sind Sie in Ihrem eigenen Kreislauf des Lebens wirklich die höchste Autorität. Erlauben Sie es anderen, dass diese Sie beeinflussen? Lassen Sie es geschehen, dass die Schlagzeilen in den Zeitungen oder Klatsch und Tratsch oder die Kritik von anderen Sie verärgern oder niedergeschlagen machen? Falls das zutrifft, dann müssen Sie sich eingestehen, dass Sie selbst die Ursache Ihrer Stimmungen sind, denn Sie haben Ihre emotionale Reaktion ja selbst erzeugt. Ihre Einstellung ist nicht richtig. Stellen Sie sich vor, wie böse andere Leute sind. Falls Sie das tun, dann sollten Sie auf das Gefühl achten, welches durch diese Annahme in Ihrem tieferen Selbst geschaffen wird. Es ist negativ und wirkt zerstörerisch für Ihre Gesundheit und Ihren Wohlstand. Umstände können Sie nur so weit beeinflussen, wie Sie selbst das geschehen lassen. Sie können jedoch Ihre Einstellung zum Leben und allen Dingen aus freien Stücken und sehr wirksam verändern. Sie können zur Meisterin bzw. zum Meister Ihres Schicksals werden und zum Kapitän Ihrer Seele und Ihres Unterbewusstseins. Durch disziplinierte, zielgerichtete und kontrollierte Imagination können Sie Ihre Emotionen und ganz allgemein Ihre mentale Lebenseinstellung beherrschen und meistern. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, ein anderer Mensch sei gemein, unehrlich und eifersüchtig. Achten Sie nun darauf, welche Gefühle in Ihnen selbst dadurch ausgelöst werden. Jetzt kehren Sie Ihre Vorstellung um. Malen Sie sich aus, dass derselbe Mensch aufrichtig ist, zuverlässig, freundlich und einfühlsam. Sind Sie also etwa nicht Meister Ihrer Einstellungen? Viele Menschen haben eine düstere und verzweifelte Einstellung zum Leben. Sie sind säuerlich, zynisch und streitlustig. Das ist so aufgrund Ihrer vorherrschenden mentalen Einstellung, die Sie auf diese Weise auf Ihre Umgebung reagieren lässt. Wenn jemand eine solche Einstellung zum Leben hat, dann wird sogar Freude, wenn sie in sein Leben einzugehält, nur von kurzer Dauer sein. Er kann sich einfach nicht längere Zeit über etwas freuen. Ein Schüler sagte mir einmal, ich kriege nur schlechte Noten. Mein Gedächtnis lässt mich im Stich. Ich weiß nicht, warum das alles so ist. Es lag nur an seiner Einstellung. Er fand eine neue mentale Ausrichtung, indem er sich klar machte, wie wichtig seine Noten sein würden, wenn er später Recht studieren wollte. Er begann, wissenschaftlich zu beten. Das ist eine der schnellsten Möglichkeiten, die geistige Einstellung zu verändern. Dieser junge Mann realisierte, dass in ihm eine spirituelle Macht steckte und dass sie die einzige Ursache und Kraft darstellte. Er begann für sich in Anspruch zu nehmen, dass sein Gedächtnis vollkommen sei und dass die unendliche Intelligenz in ihm ständig all das offenbarte, was er jeweils wissen musste. Er fing an, in seiner Umgebung und zu seinen Lehrern und Mitschülern Liebe und guten Willen auszustrahlen. Dieser Jugendliche konnte sich sehr bald über ein freieres Leben freuen, als er es jemals vorher gekannt hatte. Er stellte sich ständig vor, dass die Lehrer und seine Mutter ihm zu allen seinen Einsen gratulierten. Seine veränderten Einstellungen zum Lernen folgte die Imagination der gewünschten Ergebnisse. Dieser Vorstellung folgten dann die entsprechenden äußeren Resultate. Sie entscheiden selbst, wohin sie ihr Lebensschiff steuern wollen. Sie formen, gestalten und bilden die Welt ihrer Erfahrungen entsprechend der mentalen Bilder, mit denen sie sich gewohnheitsmäßig beschäftigen. Stellen sie sich Voraussetzungen und Umstände im Leben vor, die würdig sind, erhebend, angenehm und zufriedenstellend. Wenn sie sich ihr Leben als kalt, grausam, schwer und bitter vorstellen und meinen, dass Kampf und Leid unausweichlich dazugehören, dann machen sie sich das Leben selber schwer. Vor langer Zeit habe ich mit meinem Vater die runden Türme in Irland besucht. Eine Stunde lang sagte er nichts, schien nachdenklich. Ich fragte ihn, worüber er denn meditierte. Seine Antwort lautete, Nur wenn man über die großartigen und wundervollen Ideen der Welt nachdenkt, wächst man und entwickelt sich weiter. Aufgrund seiner Vorstellungskraft war es ihm möglich, die Menschen zu sehen, die im Turm gelebt hatten, und ihre Stimmen zu hören. Der ganze Platz wurde in seiner Imagination lebendig. Er konnte mithilfe dieser Fähigkeit noch weiter zurückgehen, in eine Zeit, zu der es noch keinen runden Turm gab. In seinem Geist begann er, ein Schauspiel zu weben vom Ort, von dem die Steine stammten, wer sie hierher gebracht hatte, über den Zweck dieses Baus und die damit verbundene Geschichte. Er sagte mir, ich kann fast die Berührung dieser Menschen spüren und den Klang ihrer Schritte vernehmen, obwohl sie vor tausenden von Jahren schon verstummt sind. Das subjektive Bewusstsein durchdringt alle Dinge. Es ist in allen Dingen gegenwärtig. Und es ist der Stoff, aus dem alles gemacht ist. Das Schatzhaus der Ewigkeit ist geradezu in den Steinen enthalten, die ein Gebäude bilden. Es gibt nichts Unbelebtes. Alles ist Leben in unterschiedlichen Ausdrucksformen. Aufgrund ihrer Imaginationskraft können sie sich vorstellen, wie die unsichtbaren Geheimnisse der Natur ihnen enthüllt werden. Sie werden feststellen, dass sie die tiefsten Tiefen des Bewusstseins ausloten können und Dinge herbeirufen können, die anscheinend nicht mehr existieren und so das Unsichtbare sichtbar machen. Sie können eine antike Ruine betrachten, einen alten Tempel oder eine Pyramide und die vermeintlich tote Vergangenheit wieder lebendig werden lassen. In den Resten eines alten Kirchhofes können sie eine Stadt in all ihrer Schönheit und Herrlichkeit auferstehen sehen. Sie befinden sich vielleicht in einem Gefängnis von Wünschen oder Mängeln oder hinter Eisengittern, aber in ihrer Imagination können sie ein nie erträumtes Maß an Freiheit finden. Ein Genie ist ein Mensch, der in enger Verbindung mit seinem Unterbewusstsein steht. Er ist fähig, dieses universelle Reservoir anzuzapfen und erhält Antworten auf seine Fragen und Lösungen für seine Probleme. In einem genialen Bewusstsein ist die Vorstellungskraft in einem hohen Maß entwickelt. Alle bedeutenden Dichter und Schriftsteller sind mit dieser hochentwickelten und kultivierten Fähigkeit der Imagination beschenkt. So kann ich Shakespeare sehen, wie er alten Geschichten, Fabeln und Mythen in seinen Tagen gelauscht hat. Ich kann mir auch vorstellen, wie er sich hinsetzte und all diese Charaktere niederschrieb, die er in einem Schauspiel auftreten lassen wollte, das ihm vorschwebte. Dann kleidete er sie einen nach dem anderen mit Haaren, Haut, Muskeln und Knochen und hauchte ihnen Leben ein. Er machte sie so lebendig, dass wir meinen, dass wir eine Geschichte über uns selbst lesen. Die Wahrheit über Menschen ist immer wundervoll und wunderschön. Wenn man eine Geschichte schreibt, sollte man darauf achten, dass die Wahrheit mit Lieblichkeit und Schönheit bekleidet wird. Sie können eine Eichel anschauen und mit dem Auge ihre Vorstellungskraft daraus einen wunderbaren Wald entstehen lassen, durch den Flüsse und Bäche fließen. Sie können den Wald mit allen möglichen Lebensformen erfüllen. Sie können über den Wolken Regenbögen erschaffen. Sie könnten eine Wüste betrachten und sie mit ihrer Imagination dazu bewegen, wie eine Rose zu erblühen. Wie es in der Bibel heißt, es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nässe. Menschen, die mit Intuition und Imagination gesegnet sind, finden Wasser in der Wüste und sie erschaffen Städte, wo Menschen früher nur eine Wüste und Wildnis gesehen hatten. In Greenwich Village habe ich einmal einen Dichter getroffen, der wunderschöne Lyrik schrieb. Er druckte sie auf Karten und verkaufte sie zu Weihnachten. Manche seiner Gedichte waren Juwelen spiritueller Liebe und Schönheit. Er erzählte mir, dass ihm Worte, begleitet von lieblichen Szenen, in den Sinn kamen, wenn er sich still hinsetzte und ruhig wurde. Blüten, Menschen, Freunde traten deutlich in sein Bewusstsein. Diese Bilder sprachen zu ihm. Sie erzählten ihm ihre Geschichten. Oft tauchte das vollständige Gedicht oder Lied auf, ohne dass er sich mental irgendwie anstrengen musste. Seine Gewohnheit bestand darin, sich vorzustellen, dass er wunderschöne Gedichte schrieb, welche die Herzen der Menschen berühren würden. Der Dichter Shelley meinte, dass Lyrik ein Ausdruck von Imagination sei. Wenn der Schriftsteller über Liebe meditiert und über Liebe schreiben möchte, dann bewegt die unsichtbare göttliche Intelligenz und Weisheit seinen Geist und wirft den Zauber der ewigen Liebe Gottes über ihn. Sie erweckt ihn für die ewige Liebe Gottes und so werden seine Worte in Weisheit, Wahrheit und Schönheit gekleidet. Wenn es zu Ihrem Beruf gehört, Musik zu spielen oder zu komponieren, dann sollten Sie darauf achten, dass Sie die Geschäfte Ihres himmlischen Vaters besorgen. Das Geschäft dieses Vaters besteht zuerst einmal darin, dass Sie Gott selbst als den großen Musiker erkennen. Dann meditieren, fühlen, beten und wissen Sie, dass die innere Musik mit der Melodie der Liebe Gottes erklingt. Und Sie werden spielen, wie Sie nie zuvor gespielt haben. Vor einigen Jahren unterhielt ich mich mit einem jungen Chemiker, der mir erzählte, dass seine Vorgesetzten viele Jahre lang versucht hatten, einen bestimmten deutschen Farbstoff herzustellen und ihnen das nicht gelungen war. Er erhielt den Auftrag, es zu versuchen, als er in der entsprechenden Firma angestellt wurde. Er hatte keinerlei Vorwissen dazu und wusste nicht, wie die deutschen Chemiker vorgegangen waren, aber doch gelang es ihm auf Anhieb, den gesuchten Stoff, ohne irgendeine Schwierigkeit im Labor, zu synthetisieren. Seine Kollegen waren verblüfft und wollten wissen, was sein Geheimnis dabei gewesen war. Er antwortete nur, dass er sich vorgestellt hatte, die Antwort bereits zu haben. Nachdem er weiter bedrängt wurde, sagte er, dass er ganz deutlich den Begriff »Antwort« vor seinem geistigen Auge sehen konnte, in strahlend roten Lettern. Dann schuf er in seiner Imagination ein Vakuum unter den Buchstaben und wusste, dass er, wenn er sich nun vorstellte, dass die chemische Formel unter diesen Lettern stünde, sein Unterbewusstsein ihm dort die richtigen Informationen einfüllen würde. In der dritten Nacht träumte er von der vollständigen chemischen Formel. Und auch die Vorgehensweise, wie der Farbstoff herzustellen wäre, wurde ihm im Traum gezeigt. Entscheiden Sie sich dazu, Ihre Träume wahrzumachen. Entziehen Sie den oberflächlichen Erscheinungen der Dinge und Umstände Ihre Aufmerksamkeit und richten Sie Ihren Geist und Ihre Imagination auf Ihre Ziele. Ihre Sinne mögen versuchen, das zu leugnen, was Sie anstreben, aber bestätigen Sie es in Ihrem Herzen als wahr und einzig wirklich. Holen Sie Ihren Geist zurück von seinen unruhigen Wanderungen auf der Suche nach den falschen Göttern von Angst und Zweifel und lassen Sie ihn in der Allmacht der spirituellen Kraft in Ihnen zur Ruhe kommen. In der Stille und dem Frieden Ihres eigenen Bewusstseins meditieren Sie nun die Tatsache, dass es nur eine Macht und eine Gegenwart gibt. Diese Macht und Gegenwart geht jetzt auf Ihr Denken ein in Form von Führung, Stärke, Frieden und Nahrung für die Seele. Geben Sie dem alle Ihre mentale Aufmerksamkeit, um den absoluten Vorrang der spirituellen Kraft zu erkennen und um zu wissen, dass die Gotteskraft die Antwort hat und Ihnen jetzt den richtigen Weg zeigt. Vertrauen Sie darauf, glauben Sie daran und gehen Sie durch Ihr Leben auf der Erde, als ob Ihr Gebet schon erhört wäre. Wir alle haben von Kolumbus und seiner Wiederentdeckung Amerikas gelesen. Seine Vorstellungskraft führte ihn zu dieser Entdeckung. Seine Imagination zusammen mit seinem Vertrauen auf eine göttliche Kraft leitete ihn und brachte ihm den Erfolg ein. Die Seeleute sagten zu Kolumbus, was sollen wir tun, wenn wir alle Hoffnung verloren haben? Seine Antwort lautete, Ihr sagt beim Morgengrauen und am Abend weiter segeln, weiter segeln, weiter segeln. Das ist der Schlüssel zum erfolgreichen Gebet. Bis zum Schluss voller Vertrauen sein, bei jedem Schritt auf dem Weg voller Glauben sein, bis ans Ende ausharren, weil Sie in Ihrem Herzen wissen und spüren, dass das Ergebnis und der Abschluss schon gesichert sind. weil Sie ihn bereits in Ihrer Imagination gesehen haben. Der Forscher Kopernikus entdeckte mit Hilfe seiner lebendigen Vorstellungskraft, wie sich die Erde um die eigene Achse dreht. Damit wurde er zum Auslöser dafür, dass die alten astronomischen Thesen verworfen werden mussten. Ich finde, es ist eine wunderbare Sache, wenn wir alle von Zeit zu Zeit unsere Ideen in Frage stellen. Wenn wir unsere Ansichten und Glaubensüberzeugungen überprüfen und uns selbst aufrichtig fragen, warum glaube ich das? Woher stammt diese Meinung? Unter Umständen halten wir an zahlreichen Ideen, Theorien, Glaubenssätzen und Meinungen fest, die komplett falsch sind oder einfach Irrtümer darstellen. Wir haben sie irgendwann früher einmal angenommen, ohne ihre Wahrheit oder Genauigkeit zu erforschen. Die Tatsache, dass unsere Eltern und Großeltern von irgendetwas überzeugt waren, heißt noch lange nicht, dass wir dasselbe glauben sollten. Unser Geist sollte wie ein Fallschirm sein. Wenn sich der Fallschirm beim Gebrauch öffnet, dann ist alles in Ordnung. Wenn er sich nicht öffnet, haben wir ein Problem. So müssen wir unsere Augen und unser Bewusstsein für neue Wahrheiten öffnen. Wir müssen durstig sein nach neuen Wahrheiten und neuem Wissen, damit wir uns auf den Schwingen des Glaubens und Verstehens hoch über unsere gegenwärtigen Probleme und Hindernisse erheben können. Die berühmten Biologen, Physiker, Astronomen und Mathematiker unserer Tage sind Menschen, die mit einer lebendigen, wissenschaftlich ausgerichteten Vorstellungskraft gesegnet sind. Einsteins Relativitätstheorie existierte zunächst nur in seiner Imagination. Archäologen und Paläontologen erforschen die Gräber des alten Ägyptens mithilfe ihrer imaginativen Wahrnehmungsfähigkeit, mit welcher sie das Leben in der Antike vor ihrem geistigen Auge wieder auferstehen lassen. Die totgeglaubte Vergangenheit wird mit einem Mal wieder sichtbar und hörbar. Die Wissenschaftlerin betrachtet die Ruinen der Antike und die in den Stein gemeißelten Hieroglyphen und weiß dann von einem Zeitalter zu berichten, in der es keine Buchstabenschrift gab. Noch frühere Höhlenzeichnungen erzählen von einem Leben, in dem es vielleicht noch nicht einmal eine richtige Sprache gab, sondern die Menschen sich mit Lauten und Zeichen verständigten. Die Höhlenforscherin erfüllt die wenigen Zeichen an den Wänden und die Knochenfunde mit neuem Leben und beschreibt, wie die Menschen damals vermutlich ihren Alltag verbracht haben. Vermittels ihrer Vorstellungskraft können sie zu einer Geschichtenerzählerin hohen Ranges werden. Vor einiger Zeit hielt ich in Los Angeles einen Vortrag über das 21. und vorletzte Kapitel der Johannes-Offenbarung. In der Nacht zuvor meditierte ich über die folgenden Verse und spürte intuitiv die Gegenwart und die enge Gemeinschaft mit dem mystischen Seher, der diese inspirierten Worte niedergeschrieben hatte. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Könnten sie jetzt den Korridor ihres eigenen Bewusstseins hinuntergehen und sehen, fühlen und spüren, wie der Friede Gottes durch ihren Geist fließt? Stellen sie sich vor, dass sie in die heilige Stadt hineingehen. Ihr Geist ist mit der strahlenden Schönheit Gottes umkleidet und ihre Stimmung ist erhaben, edel und gottähnlich. Sie sind mental und spirituell mit Gott und allem, was gut ist, vermählt. Sie tragen ihre Hochzeitskleidung, weil sie ganz auf das Unbegrenzte eingestimmt sind und weil Gottes ewige Wahrheiten ständig ihren Geist durchdringen. Sie fühlen, dass sein heiliger Geist sie ganz durchströmt und jede Zelle ihres Seins erfüllt. In ihrer Vorstellung werden sie jetzt von einem göttlichen Rausch ergriffen. Sie werden Gottes trunken. Sie haben das göttliche Gegenmittel gegen jede Sorge oder Angst, gegen alle Zweifel oder Leiden erhalten. In der Kammer ihres Herzens wohnt die lebendige Gegenwart Gottes. Sie können einen Stein betrachten und aus diesem Stein kann vor ihrem geistigen Auge mit Hilfe der göttlichen Imagination eine Madonna erstehen, deren Erscheinung Schönheit und ewige Freude ausstrahlt. Erlauben sie nie, dass ihre Vorstellungskraft negativ verwendet wird. Verzerren oder verdrehen sie sie nie. Sich Kummer, Sorgen und Mangelzustände vorzustellen bedeutet, ihren Seelenfrieden, ihre Gesundheit und ihr Glück zu zerstören. An Bord eines Schiffes hörte ich einmal einen Passagier angesichts des Sonnenuntergangs ausrufen, ich bin so glücklich, ich hoffe, das wird ewig so sein. Wie oft haben sie vielleicht einen wundervollen Sonnenaufgang gesehen und sich gesagt, ich hoffe, das dauert ewig. Aber nichts in dieser flüchtigen Welt hält ewig an, außer den Wahrheiten Gottes. Dunkelheit folgt der Nacht, aber ein nächster Morgen wird heraufdämmern. Auch Übergänge zwischen Tag und Nacht werden immer wieder auftauchen. Ein Zwielicht. In Wahrheit würden sie gar nicht wünschen, dass die Zeit stillsteht und die Dinge sich nicht mehr verändern. Sie selbst wollen ja auch nicht immer am selben Ort verweilen. Innen und außen gibt es neue Welten zu erkunden und zu erobern. Grundlage allen Lebens ist und bleibt der Wandel. Die ewige Veränderung. Das Leben würde unerträglich werden, wäre nicht mehr auszuhalten, wenn wir keine Veränderungen erführen. Wir würden durch die Monotonie der Dinge zu Tode gelangweilt. Leben bedeutet, Tag und Nacht zu begegnen, Kälte und Wärme, Ebbe und Flut, Sommer und Winter, Hoffnung und Verzweiflung, Erfolg und Versagen. Sie haben es immer mit Gegensätzen und Polaritäten zu tun. Indem sie mit der Kraft ihres Bewusstseins und ihrer Imagination sich das vorstellen, was sie anstreben und indem sie dessen Wirklichkeit subjektiv spüren, versöhnen sie die Gegensätze, gleichen Polaritäten aus und bringen Frieden in ihren Geist. Inmitten von Kummer und Leid nehmen ihre Imagination und ihr Glauben diese beiden Flügel des Seelenvogels sie hinauf an die Brust Gottes ihres Vaters, wo sie Tröstung und göttlichen Frieden für ihre Seele finden. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein denn das Erste ist vergangen und der auf dem Thron saß sprach siehe ich mache alles neu so steht es in der Offenbarung wenn die Nacht schwarz ist sehen sie den Weg vor sich nicht wenn ihr Problem ganz akut ist und sie mit dem normalen Verstand nicht mehr weiter kommen dann lassen sie ihre Imagination zu ihrem Retter werden stellen sie sich vor dass sie einen stillen See oder den Gipfel eines Berges besuchen beobachten sie wie die ruhige kühle Oberfläche des Sees das Himmelslicht widerspiegelt oder wie sich über den Berggipfel der lichte Himmel wölbt auf die gleiche Weise kann der Geist des spirituellen des bewusst lebenden Menschen das innere Licht Gottes und seine Weisheit widerspiegeln stellen sie sich ihr ideal im Leben vor und leben sie mit diesem ideal lassen sie dieses ideal besitzer greifen von ihrer Imagination erlauben sie dieser Idee sie zu begeistern sie werden sich im Leben auf das ideal hin bewegen welches ihr bewusstsein beherrscht die ideale des Lebens sind wie der Tau des Himmels der über die dürren Gebiete des menschlichen Geistes fällt ihn erfrischt und neu belebt nutzen sie die Kraft ihres Unterbewusstseins in Beruf und Alltag Imagination gibt allen Ideen Gestalt und Form sie entwirft vor dem geistigen Auge der Vorstellung ein Bild dieser Ideen die Künstler vermochten aufgrund ihrer göttlichen Inspiration und ihrer hochentwickelten Kunstfertigkeit alle ihnen offenbarten Weisheiten in bildliche Form und Gestalt gleiten im Akt der Imagination wird das was in ihrem tieferen beziehungsweise höheren selbst verborgen ist offenbar und es wird manifest mit der Hilfe der Vorstellungskraft wird das was in ihnen latent angelegt ist beziehungsweise was in ihnen sozusagen schläft in Form von Gedanken und Bildern gezeigt dann denken und meditieren wir über das was nun enthüllt worden ist nehmen wir einige einfache Beispiele als sie geheiratet haben hatten sie lebendige und realistische Bilder vor ihrem geistigen Auge mit der Kraft der Imagination stellten sie sich den Pfarrer oder den Standesbeamten vor sie hörten sich die entscheidenden Worte sagen sie sahen den Blumenschmuck und sie hörten die Musik sie sahen den Ring an ihrem Finger und in ihre Vorstellung reisten sie bereits ab in die Flitterwochen all das hatte ihre Imagination geleistet auf ähnliche Weise hatten sie vor einer wichtigen Feier zum Beispiel zur Überreichung ihres Gesellen oder Meisterbriefs oder zum Abschluss ihres Studiums die entsprechenden Szenen und Bilder und Ansprachen im Sinn sie haben sich vorgestellt wie der Innungsmeister oder die Professorin ihnen ihr Diplom übergeben würden sie sahen alle Kollegen oder Mitstudenten in entsprechender Kleidung sie hörten wie ihre Eltern oder Freunde ihnen gratulierten sie spürten deren Umarmung und es war alles so real so aufregend und wundervoll diese und viele andere Bilder entstanden in ihrem Geist wie aus dem Nichts und doch werden sie zustimmen dass es im Inneren eine großartige Kraft gibt einen inneren Schöpfer der all diese Bilder schuf die sie in ihrer Vorstellung sahen und der den Gestalten Leben Bewegung und Stimme verlieh diese Bilder sagen ihnen wir leben nur für dich ein sehr frommer Schüler kam ab und zu bei mir vorbei er war etwa 14 jahre alt immer wenn er ein Problem hatte erzählte er mir stellte er sich vor dass Jesus zu ihm sprach und ihm die Antwort auf seine Frage gab und ihm sagte was er zu tun habe seine Mutter wurde schwer krank der Schüler las die Geschichte von Jesus wie er eine Frau vom Fieber heilte der Junge verfügte über eine starke Vorstellungskraft und berichtete mir was er getan hatte nachdem er diese Geschichte gelesen hatte gestern Nacht stellte ich mir vor dass Jesus zu mir sagte geh deines Weges deine Mutter ist ganz heil und gesund er malte sich das ganz real aus in vielen Farben und Nuancen und machte diese Vorstellung so lebendig dass er sich selbst von der Wahrhaftigkeit dessen überzeugte was er subjektiv gehört beziehungsweise imaginiert hatte seine Mutter wurde vollständig gesund obwohl sie als hoffnungsloser Fall gegolten hatte der Schüler wusste nichts vom geistigen Heilen oder der Kraft der Imagination er glaubte wirklich daran dass Jesus zu ihm sprach und dann geschah ihm nach seinem Glauben wie es in der Bibel geschrieben steht dir geschehe nach deinem Glauben etwas zu glauben bedeutet es als wahr anzunehmen deshalb sagte Paracelsus im sechzehnten Jahrhundert gleich ob der Gegenstand deines Glaubens wahr oder falsch ist wirst du doch dieselben Ergebnisse durch deinen Glauben erreichen es gibt nur ein einziges spirituelles heilendes Prinzip und einen einzigen geistigen Heilungsprozess den man Glauben nennt wie die Bibel sagt es geschehe dir nach deinem Glauben es gibt zahlreiche unterschiedliche Methoden und Techniken der Heilung und sie alle erbringen bestimmte Resultate aber nur aufgrund der vertrauenden Vorstellungskraft und des Glaubens an den jeweiligen Prozess alle Heilmethoden schließen sich an die eine Quelle der Heilung an die Gott ist die unbegrenzte heilende Gegenwart des göttlichen Geistes durchdringt alle Dinge und ist allgegenwärtig wenn wenn sie bereit sind allein vor Gott zu stehen und vollständig aufhören äußeren Dingen Macht zu zu gestehen wenn sie der Welt der Phänomene und äußeren Formen keine Autorität mehr zubilligen wenn sie ihr Vertrauen nur der spirituellen Kraft in sich geben und ihre Treue nur dieser Kraft an vertrauen weil sie erkennen dass diese spirituelle Kraft die einzige Gegenwart und die einzige Ursache darstellt dann brauchen sie keine äußerlichen Hilfsmittel und Requisiten mehr die lebendige Intelligenz die ihren Körper geschaffen hat wird sofort auf ihren Glauben und ihr Verstehen reagieren und sie werden unmittelbar und umgehend spirituelle Heilung erleben ich kenne einen Geschäftsmann hier in Los Angeles er erzählte mir dass seine wichtigsten Entscheidungen seit 30 Jahren immer auf imaginären Unterhaltungen beruhten die er mit Paulus führte ich bat ihn das näher zu erklären er bemerkte dass leider nur sehr wenige Menschen die wunderbare Führung und den guten Rat erkennen die sie erhalten könnten wenn sie in ihrem Geist die Verfasser und großen Seher der Bibel befragen würden ich will so genau wie möglich schildern was mir dieser Geschäftsmann anvertraute häufig gab es Situationen in denen meine Entscheidungen die Firma entweder in einen deutlichen Aufschwung führen oder in den Bankrott treiben konnten ich schwankte zögerte bekam hohen Blutdruck und Herzprobleme eines Tages kam mir die Idee dass ich doch Jesus oder Paulus um Rat bitten könnte ich fühle mich sehr zu den Briefen des Paulus hingezogen wenn nun also wieder eine wichtige Entscheidung zu treffen war stellte ich mir vor dass Paulus zu mir sagte deine Entscheidung ist ganz richtig sie wird deiner Firma nutzen sei gesegnet mein Sohn bleibe auf dem Pfade Gottes nachdem ich mir vorgestellt hatte dass sich Paulus gesehen und gehört hatte ergriff mich eine Welle des Friedens und der inneren Ruhe ich gelangte im Hinblick auf alle Entscheidungen zu einem tiefen Seelenfrieden auf eine solche Weise erhielt dieser Geschäftsmann göttliche Führung er setzte seine Imagination ein um sich selbst davon zu überzeugen dass seine Entscheidungen und Handlungen richtig waren es gibt in dieser Welt nur ein einziges Prinzip der Intelligenz es ist wirklich bereits genug zu sagen und zu glauben Gott führt mich jetzt es gibt in meinem Leben nur Handlungen die in die richtige Richtung führen die richtig und angemessen sind der Geist wirkt wie ein Syllogismus das subjektive Bewusstsein leitet immer nur ab ist deduziert und seine Schlussfolgerungen oder Resultate werden immer in Übereinstimmung und Harmonie mit der Grundannahme sein begründen sie in ihrem Geist die richtigen Voraussetzungen und Grundannahmen dann wird ihr subjektives Bewusstsein immer die richtige Handlung vollziehen innere geistige Bewegung führt immer zur Aktion Die äußeren Handlungen sind die automatischen Reaktionen des Körpers auf die inneren Bewegungen des Geistes Wenn sie hören wie ein Freund oder Kollege sie zu einer guten Entscheidung beglückwünscht wird das zur richtigen Aktion in ihrem Leben führen Der Mann der Paulus herbeigerufen hatte um sein Bewusstsein mit dem Glauben an die richtige Handlungsweise zu imprägnieren setzte das eine ewige Prinzip der göttlichen Intelligenz ein Die genaue Technik mithilfe derer er diesen geistigen Zustand erreichte spielt dabei keine große Rolle Johann Wolfgang von Goethe nutzte seine Imagination sehr weise wenn er sich Schwierigkeiten oder großen Herausforderungen gegenüber sah Seine Biografen weisen darauf hin dass er sich angewöhnt hatte viele Stunden lang imaginäre Gespräche zu führen Es war bekannt dass er sich vorstellte dass einer seiner Freunde vor ihm in einem Sessel saß und ihm die richtigen Antworten gab Wenn er es also mit irgendwelchen Problemen zu tun hatte stellte er sich vor dass sein Freund ihm die richtige oder angemessene Antwort geben würde dabei malte er sich dessen übliche Gesten seine Stimmlage seine Mimik und alles andere aus was die imaginäre Szene so real und lebendig wie möglich erscheinen ließ Ich kannte einen Börsenmakler in New York sehr gut der meine Kurse in der Steinway Hall besucht hatte Seine Methode um finanzielle Probleme zu lösen war sehr einfach Er stellte sich mental Unterhaltungen mit einem Bankier und Multimillionär vor der ihn zu seinen guten und richtigen Einschätzungen von Aktienkäufen beglückwünschte Der Aktienhändler pflegte seine imaginären Gespräche im Geiste zu inszenieren wie ein Theaterstück bis er sie als ein Glaubensmuster in seinem Bewusstsein verankert hatte Er sagte mir dass sein Hauptsinn im Leben darin bestand anderer Leute Geld zu vermehren und mitzuerleben wie sie mithilfe seiner klugen Ratschläge wohlhabender wurden Gebet ist eine Gewohnheit Dieser Aktienhändler wandte sich regelmäßig und mehrfach am Tag seinem mentalen Bild zu Er bildete daraus ein tiefes subjektives Muster Das was subjektiv eingeprägt wird dem eine eigene mentale Gestalt gegeben wird wird sich objektiv im äußeren Leben in einer Form zum Ausdruck bringen Das immer wieder bestätigte und aufrechterhaltene mentale Bild ist das welches in der Dunkelkammer des Bewusstseins auch entwickelt wird Lassen Sie Ihren gedanklichen Film oft ablaufen Gewöhnen Sie sich an seine Bilder häufig auf die Leinwand Ihres Geistes zu projizieren Nach einer gewissen Zeit wird daraus ein definitives Gewohnheitsmuster Der innere Film den Sie vor dem geistigen Auge haben ablaufen lassen wird sich äußerlich ganz sichtbar manifestieren wie es in der Bibel heißt Er ruft die Dinge die nicht sind als ob sie da wären und das Unsichtbare wird sichtbar Viele Menschen lösen ihre Probleme mit Hilfe der Imaginationskraft sie spüren sie auch verwirklichen wird vor einiger Zeit traf ich eine junge Frau die in einen komplizierten Rechtsfall verwickelt war der schon seit fünf Jahren andauerte es gab eine Verzögerung und Verschiebung nach der anderen ein Ende und eine Lösung waren nicht in Sicht auf meinen Vorschlag hin begann sie sich so lebendig wie sie nur konnte auszumalen dass ihr Rechtsanwalt ein angeregtes Gespräch mit ihr über die Lösung des Rechtsstreits führte sie stellte ihm Fragen auf die er entsprechend antwortete dann verdichtete sie die ganze komplizierte Angelegenheit in einen einzigen einfachen Satz wie es die Denkschule des französischen Pioniers Coet geraten hatte der Satz lautete es ist zu einer perfekten harmonischen Lösung gekommen der gesamte Fall wird außerhalb des Gerichts geklärt sie schaute sich dieses mentale Bild immer an wenn sie gerade einen Augenblick Zeit dazu hatte im Café ließ sie dieses Gedanken Kino ablaufen mit allen dazugehörigen Gesten und Stimmen sie sie sich leicht die Stimme die Körperhaltung den Gesichtsausdruck und so fort ihres Rechtsanwalts vorstellen sie ließ diesen Film so oft spielen dass er zu einem subjektiven Muster wurde zu einer Prägung ihres Unterbewusstseins und Überbewusstseins daraus wurde so etwas wie mentale Eisenbahnschienen es war in ihren Geist eingeschrieben so ähnlich wie wir es in der Bibel in dem Ausdruck lesen es war in ihr Herz geschrieben und in ihr Innerstes eingeprägt ihre Schlussfolgerung daraus war es ist Gott in Aktion das bedeutet umfassende Harmonie und Frieden Harmonie stammt von Gott und in einem Rechtsstreit strebt man ja eine harmonische Lösung an In der Wissenschaft der Imagination müssen sie damit beginnen ihre Vorstellungen zu disziplinieren und sie nicht einfach wild herumlaufen zu lassen Wissenschaft beharrt auf Klarheit Konzentration und Reinheit Wenn sie ein chemisch reines Produkt herstellen möchten müssen sie alle Spuren anderer Substanzen und Fremdstoffe herauslösen Sie müssen sozusagen allen Unrat heraustrennen und fortwerfen In der Wissenschaft der Imagination eliminieren sie alle mentalen Unreinheiten wie Angst Sorgen destruktive Selbstgespräche und die mentale Identifizierung mit allen möglichen anderen negativen Elementen Sie müssen ihre ganze Aufmerksamkeit auf ihr Ideal ausrichten und sich weigern von ihrem Lebenszweck oder Lebensziel abgelenkt zu werden oder selbst abzuschweifen Je mehr sie mental von der Wirklichkeit ihres Ideals absorbiert werden indem sie es lieben und ihm treu bleiben desto mehr werden sie erleben wie ihr Wunsch in ihrer Welt Form annimmt Ich kenne viele Leute und habe mich mit ihnen unterhalten die auf negative Weise den Zweck ihrer gottgegebenen Fähigkeit umkehren Die Mutter stellt sich zum Beispiel vor dass ihrem Sohn etwas passiert sein müsse weil er noch nicht zu Hause ist Sie stellt sich vor dass ein Unfall passiert sein müsste dass er im Krankenhaus liegt und so fort Ein Kaufmann dessen Geschäfte florieren der jedoch negativ denkt ist ein weiteres Beispiel für eine solche destruktive Anwendung der Imagination Er kommt vom Büro nach Hause und lässt nun in seinem Bewusstsein einen Film des Versagens ablaufen Er sieht leere Regale sein Bankkonto im Minus das Geschäft vor dem Zusammenbruch und das alles während er in Wahrheit doch erfolgreich ist In seinem negativen mentalen Bild steckt keine Wahrheit Vielmehr präsentiert ihm seine negativ gepolte Imagination eine morbide Lüge die nur an seiner Vorstellung existiert Der Zusammenbruch kommt nie Es sei denn dass er seine düstere bildhafte Vorstellung mit der Emotion der Angst weiter auflädt Wenn er ständig weiter dieses mentale Bild aufrecht erhält und sich darin verliert wird er natürlich am Ende ein Versagen auch manifestieren können Dann ist er in der Situation dass es seine freie Entscheidung war ob er Erfolg oder Misserfolg haben wollte Er selbst jedoch den Misserfolg gewählt hatte Es gibt chronische Bedenkenträger und Sorgenmacher Sie können sich anscheinend niemals etwas Gutes oder Schönes vorstellen Sie scheinen zu wissen dass immer etwas Schlechtes oder Negatives passieren wird Sie können ihnen keinen einzigen Grund nennen warum etwas Gutes passieren sollte und könnte Sie sind jedoch jederzeit bereit ihnen alle möglichen Gründe zu nennen warum irgendwelche schlimmen und düsteren Dinge geschehen sollten Warum ist das so? Der Grund ist einfach gesagt und rasch erklärt diese Menschen haben eine Gewohnheit daraus gemacht negativ zu sein Ihr Denken ist überwiegend negativ chaotisch destruktiv und morbide Je mehr sie ihre negativen Gedanken Muster bestärken desto mehr verankern sie dieser Muster als eine Grundstimmung in ihrem Unterbewusstsein ihre Imagination wird dann quasi automatisch immer von dieser vorherrschenden Stimmung beherrscht und von diesen Gefühlen an die sie sich gewöhnt haben deshalb stellen sie sich sogar im Hinblick auf ihre Familie und ihre Liebsten üble oder schlimme Dinge vor Wenn ihr Sohn zum Beispiel seinen Militärdienst leistet dann stellen sie sich vor dass er sich erkältet oder dass er zum Alkoholiker wird oder moralisch unzuverlässig Wenn er in einer Kampfeinheit dient stellen sie sich vor dass er erschossen wird und alle möglichen anderen negativen Bilder treten in ihr Bewusstsein Das vollzieht sich aufgrund der hypnotischen Wirkung ihrer Gewohnheit Schlechtes zu imaginieren die tief in ihrem Unterbewusstsein verankert wurde Dann helfen sogar Gebete die sie sprechen überhaupt nichts weil diese Gebete ja in Wahrheit nicht von einer entsprechenden Überzeugung nicht von einem positiven Glauben daran dass das Gebet erhört wird getragen ist Treffen sie jetzt eine Entscheidung Fangen sie an konstruktiv und harmonisch zu denken Denken bedeutet zu sprechen Ihr Gedanke ist ihr Wort Lassen sie ihr Wort wie eine Bienenwabe werden den Ohren süß und den Knochen wohltuend Lassen sie ihre Worte wie goldene Äpfel in silbernen Bildern werden die Zukunft ist nichts anderes als die erwachsen gewordene Gegenwart die Zukunft ist ihr unsichtbares Wort ihr unsichtbare Gedanke der sichtbar gemacht wurde sind ihre Worte dem Ohr wohltuend wie verläuft der innere Dialog gerade jetzt es hat sie ja keiner gehört das innere Selbst Gespräch ist ja lautlos vielleicht sagen sie zu sich selbst das kann ich nicht es ist unmöglich oder ich bin dazu zu alt oder vielleicht ich habe doch keine Chance Maria schafft das aber ich doch nicht ich habe kein Geld ich kann mir dies oder jenes nicht leisten oder sie sagen unter Umständen ich habe das alles schon probiert aber es klappt einfach nicht können sie sehen und spüren dass solche Worte nicht wie eine Honigwabe wären sie klingen in ihren Ohren eben nicht süß sie erheben sie und ihren Geist nicht und inspirieren sie auch nicht der innere Dialog spiegelt wirklich wieder wie sie sich innerlich fühlen ihr inneres spiegelt das äußere und umgekehrt ist ihr innerer Dialog gut für ihre Knochen erfreut ihr selbst gespräch sie regt es sie an macht es sie glücklich Knochen stehen symbolisch für Stütze und Symmetrie achten sie darauf dass ihre inneren Dialoge sie erhalten und stärken wie die Bibel sagt denn es ist das Wort ganz nahe bei dir in deinem Munde und in deinem Herzen dass du es tust entscheiden sie jetzt und sagen sie es mit voller Überzeugung von diesem Augenblick an werde ich in meinem Geist nur jenen Ideen und Gedanken Einlass gewähren und ich werde mich nur mit solchen Vorstellungen beschäftigen die heilsam sind die mich segnen inspirieren und stärken lassen sie ihre Worte süß für die Ohren klingen was 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 vermitteln sie ihren worten derzeit welchen worten hören sie zu worauf richten sie ihre aufmerksamkeit dem dem sie ihre beachtung schenken das wird wachsen größer werden und in ihrer erfahrung immer mehr raum einnehmen glauben kommt durch das hören sagt Paulus hören sie auf die großartigen wahrheiten Gottes hören sie auf die stimme Gottes in welcher Sprache spricht er es ist die universelle Sprache oder Schwingung beziehungsweise Stimmung von Liebe Frieden Freude Harmonie Vertrauen Zuversicht und gutem Willen nehmen sie diese Qualitäten in sich mental und emotional auf dann wird sie das Gesetz der Liebe leiten Sie haben sicher schon das häufig gebrauchte Sprichwort aus der Bibel gehört dass der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen wurde das bedeutet dass ihr Geist eins mit Gottes Geist ist da es nur einen Geist gibt ihr Geist ist der Geist Gottes und sie erschaffen genauso und aufgrund derselben Gesetze wie es Gott tut ihre individuelle Umgebung ihre Erfahrungen Zustände Umstände und Umwelt ihre körperliche Gesundheit finanzielle Situation ihr gesellschaftliches Leben und so fort bildet sich alles aufgrund ihrer eigenen mentalen Vorstellungen und Bilder gleiches zieht gleiches an ihre Welt ist ein Spiegel der ihnen die eigene innere Welt ihrer Gedanken Gefühle Glaubenssätze und inneren Dialoge reflektiert Falls sie anfangen sollten sich vorzustellen dass dunkle Mächte gegen sie arbeiteten oder dass sie von einem Fluch verfolgt würden dann würde sich in tieferen Bewusstseinsschichten in ihnen eine Reaktion darauf bilden die mit diesen negativen Bilden und Ängsten in ihrem Geist korrespondierte dann würden sie beginnen zu meinen und zu sagen dass sich alles gegen sie verschworen hätte oder dass die Sterne ungünstig stünden oder dass sie schlechtes Karma hätten oder schwierige frühere Leben oder womöglich ein Dämon sie verfolgte in Wahrheit ist Unwissen die einzige Sünde Schmerzen und Leiden sind keine Strafe sondern die konsequente Folge des Missbrauchs ihrer inneren Kraft kommen sie zur Wahrheit zurück und erkennen sie dass es nur eine einzige spirituelle Macht gibt und dass diese Macht durch die Gedanken und Bilder ihres Bewusstseins wirkt ich möchte jetzt gern beschreiben wie sie eine Idee oder ein geistiges Bild definitiv und positiv in ihr Unterbewusstsein übermitteln können der bewusste Geist des Menschen funktioniert personal und selektiv das Bewusstsein Welt wählt aus wägt ab forscht und untersucht der Geist des Menschen ist fähig zur Induktion und zur Deduktion das subjektive Bewusstsein beziehungsweise das was wir Unterbewusstsein nennen untersteht dem bewussten Geist das Unterbewusstsein gehorcht den Anordnungen des bewussten Geistes Ihr bewusstes Denken besitzt Macht Sie kennen die Kraft des Denkens hinter ihrem Denken steht Geist beziehungsweise Gott fokussierte gezielt ausgerichtete Gedanken erreichen die subjektiven Ebenen des Unterbewusstseins dazu ist ein Mindestmaß an Intensität dieser Gedanken nötig Intensität gewinnt man durch Konzentration Sich zu konzentrieren bedeutet zum Zentrum zurückzukommen und sich in die unendliche Macht einzuschwingen die sich in ihnen befindet und ihnen entspannt zulächelt Sich richtig zu konzentrieren erfordert dass sie das Räderwerk ihres Geistes zur Ruhe kommen lassen und sich in einen stillen entspannten mentalen Zustand einlassen Wenn sie sich konzentrieren dann sammeln sie ihre Gedanken und fokussieren ihre ganze Aufmerksamkeit auf ihr Ideal ihr Ziel oder ihre Absicht Sie befinden sich nun in einem Punkt in der Mitte gewissermaßen in einem Brennpunkt an dem sie all ihre Bewusstheit und ihre Hingabe auf ihr mentales Bild richten Die Vorgehensweise der gesammelten Aufmerksamkeit ist ähnlich dem Vorgang wenn sie ein Brennglas so in die Sonne halten dass die Sonnenstrahlen einen strahlenden Lichtpunkt erzeugen Sie sehen dabei schnell den Unterschied ob die Sonnenstrahlen richtig gebündelt sind und diesen Brennpunkt erzeugen oder ob das Brennglas ungenau gehalten wird und die Sonnenstrahlen eher weiter streuen Wenn das Brennglas richtig gehalten wird dann können sie mit diesen gebündelten Strahlen die einen hellen und heißen Punkt erzeugen sogar Objekte verbrennen Mit Papier haben sie das sicher schon einmal selbst gemacht oder gesehen Auf gleiche Weise gewinnt gebündelte ständig zielgerichtete Aufmerksamkeit die sich auf ein mentales Bild fokussiert eine eben solche Intensität und so wird in der lichtempfindlichen Schicht ihres Unterbewusstseins ein bleibendes Bild eingeprägt Sie müssen dieses Schauspiel des Geistes viele Male wiederholen bevor der Eindruck wirklich bleibend wird Aber der geheime Schlüssel dem Unterbewusstsein ein bleibendes mentales oder geistiges Bild in seinen tieferen Schichten einzuprägen von denen aus dieses Bild dann auch wirksam wird und sich auch im äußeren Leben manifestieren kann ist anhaltende intensive Imagination Falls im Laufe des Tages Ängste oder Sorgen zu Ihnen kommen können Sie immer wieder den Blick ihres geistigen Auges auf dieses wunderschöne innere Bild richten das Sie in Ihrem Bewusstsein tragen Sie erkennen und wissen dabei dass Sie ein effektives psychologisches Gesetz für sich in Gang gesetzt haben das nun im unsichtbaren Raum Ihres Bewusstseins wirkt Wenn Sie so vorgehen dass Sie immer wieder Ihr mentales Bild in den geistigen Blick nehmen dann wässern und düngen Sie es damit und Sie beschleunigen sein Wachsen und Gedeihen Das Alltagsbewusstsein des Menschen ist der Anlasser das Unterbewusstsein ist der Antrieb Sie müssen den Motor anlassen damit die Maschine die Arbeit leisten kann Man könnte auch sagen dass das Alltagsbewusstsein der Dynamo ist der die Macht des Unterbewusstseins zum Leben erweckt Der erste Schritt besteht darin dass Sie Ihr klares Bild Ihren eindeutigen Wunsch Ihre Idee oder Ihr Ziel dem Unterbewusstsein übermitteln Das geschieht indem Sie sich entspannen Ihren Geist zur Ruhe bringen Die Aufmerksamkeit ausrichten und still werden Der entspannte friedvolle Gemütszustand verhindert dass störende Dinge oder falsche Gedanken Sie in Ihrer mentalen Versenkung in Ihr Ideal ablenken Außerdem verringert sich das sonst angestrengte Bemühen in einem ruhigen Gemütszustand auf ein Minimum Im zweiten Schritt fangen Sie an sich die Wirklichkeit dessen vorzustellen und auszumalen was Sie ersehnen Nehmen wir an Sie möchten ein Haus verkaufen Ich habe bei persönlichen Gesprächen mit Immobilienmaklern diesen erzählt wie ich mein Haus verkauft habe und sie haben diese Methode mit bemerkenswert guten Ergebnissen dann selbst angewandt Ich hatte im Vorgarten zum Haus ein Schild aufgestellt auf dem zu verkaufen direkt vom Eigentümer stand Am nächsten Tag überlegte ich mir bevor ich schlafen ging Wenn du das Haus jetzt verkaufst was würdest du denn tun Ich antwortete mir selbst Ich würde das Schild herunternehmen und in die Garage legen In meiner Vorstellung ging ich zum Schild zog es heraus legte es auf meine Schulter und ging in die Garage wo ich es auf den Boden legte Spaßhaft sagte ich zum Schild Jetzt brauche ich dich nicht mehr Ich spürte die ganze innere Befriedigung die damit verbunden war und erkannte dass der Verkauf schon gelaufen war Am nächsten Tag kam ein Mann der mir eine Anzahlung machte und sagte Nehmen Sie das Schild bitte herunter wir machen jetzt den notariellen Vertrag Ich nahm das Schild sofort ab und legte es in die Garage Die äußere Handlungsweise entsprach der Innere Daran ist nichts Neues Wie Innen so Außen Wie das subjektive Bild das dem Unterbewusstsein eingeprägt worden ist so wird sich die objektive Erfahrung auf der Leinwand ihres Lebens darstellen Diese Methode oder Technik ist sogar älter noch als die Bibel Das Äußere spiegelt das Innere wieder Die äußerliche Handlung folgt dem Vorbild der inneren geistigen Handlung Das Unterbewusstsein hat Wege und kennt Möglichkeiten von denen wir nichts wissen Seine Methoden sind jenseits der Kalkulierbarkeit mit dem begrenzten Ich-Verstand Das Unterbewusstsein ist eines der Werkzeuge die Gott dem Menschen gegeben hat damit er sich mit allen Dingen versorgen kann die für sein Wohlergehen nötig sind Der Mann dessen Bankkonto kein ausreichendes Guthaben ausweist um die Hypothekenzahlung zu leisten kann sich vorstellen wie er zum Kassenschalter geht und dort den Betrag einzahlt Es ist wichtig sich intensiv in das mentale Bild und den imaginären Akt einzulassen und beides geistig als lebendig wirklich und natürlich zu erleben Je ernsthafter man seinen Geist auf das innerliche Schauspiel einstellt und je lebendiger man es im Bewusstsein vollzieht desto effektiver wird der Vorgang am Kassenschalter Geld einzuzahlen dem Unterbewusstsein eingeprägt Sie können diesen Gang zum Schalter in Ihre Vorstellung so real und wahr durchleben dass er sich dann auch physikalisch ereignen wird Eine junge Frau kam regelmäßig zu meinen Vorträgen am Sonntag Morgen Sie musste dreimal auf andere Busse umsteigen und ihre Fahrt dauerte jeden Sonntag anderthalb Stunden um zu den Vorträgen zu gelangen Im Vortrag erzählte ich von einem jungen Mann der um ein Auto gebetet hatte und es erhalten hatte Die junge Frau fuhr wieder nach Hause und probierte diese Methode aus Aus ihrem Brief an mich zitiere ich einige Sätze mit ihrer Erlaubnis Lieber Dr. Murphy Auf folgende Weise habe ich einen Cadillac erhalten Ich wollte ein Auto haben um zu den Vorträgen jeden Sonntag und Dienstag zu kommen In meiner Imagination stellte ich mir immer wieder denselben Prozess vor den ich durchlaufen würde wenn ich tatsächlich ein Auto fahren würde Ich ging zum Autohaus und der Verkäufer nahm mich auf eine Probefahrt mit Ich fuhr selbst einige Straßen entlang Ich nahm den Cadillac für mich immer wieder und wieder als meinen eigenen in Anspruch Ich hielt das mentale Bild aufrecht in das Auto einzusteigen es zu fahren die Sitze zu spüren und so fort Das machte ich fortwährend über mehr als zwei Wochen hinweg Am letzten Sonntag fuhr ich zu ihrem Vortrag in einem Cadillac Mein Onkel in Inglewood verstarb Er hinterließ mir sein Cadillac und sein ganzes Erbe Sie müssen wissen was Sie wollen Das Unterbewusstsein wird die Idee verwirklichen weil Sie dann eine definitive klare Vorstellung von dem haben was Sie wollen Stellen Sie sich die Erfüllung Ihres Wunsches lebendig ausgemalt vor Wie Sie Erfolg imaginieren können Gott ist bei seinen Unternehmungen immer erfolgreich Der Mensch ist dafür ausgerüstet und damit ausgestattet ebenfalls erfolgreich zu sein weil Gott in ihn ist Alle Attribute Eigenschaften Qualitäten Merkmale Anlagen und Möglichkeiten Gottes sind in ihrem Inneren Sie sind geboren worden um zu gewinnen zu erobern und zu überwinden Die Intelligenz die Weisheit und die Macht Gottes in ihrem Inneren warten nur darauf freigesetzt zu werden um sie zu befähigen sich über alle Schwierigkeiten zu erheben Es gibt viele Menschen die still den abstrakten Begriff Erfolg viele Male am Tag wiederholen bis sie zur Überzeugung gelangen dass ihnen der Erfolg gehört Erinnern sie sich daran dass bereits die Idee von Erfolg alle wesentlichen Elemente von Erfolg enthält Wenn ein Mensch das Wort Erfolg wiederholt voller Vertrauen Glauben und Überzeugung wird sein Unterbewusstsein akzeptieren dass dies für ihn stimmt und wahr ist und er wird sozusagen unter einem umfassenden objektiven Zwang stehen Erfolg zu erlangen und zu haben Wir sind gezwungen unsere subjektiven Glaubenssätze Eindrücke geistigen Prägungen und Überzeugungen auf der Ebene des objektiven Lebens zum Ausdruck zu bringen Der ideale Weg zum Erfolg besteht darin zu wissen welches Ziel oder Ideal sie erreichen wollen bzw. welchen Plan sie verwirklichen möchten Wenn sie ihren richtigen Platz nicht kennen oder wenn sie nicht wissen was sie gerne tun würden dann können sie um Führung und Hilfe bei dieser Frage bitten das Unterbewusstsein wird ihnen antworten und als Folge davon werden sie feststellen dass sie in eine bestimmte Richtung in ein gewisses Tätigkeitsfeld geführt werden das das Unterbewusstsein reagiert 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 ihr Denken dieses Unterbewusstsein aktiviert seine uns unbewusste Intelligenz die dazu führt dass die Bedingungen und Umstände zur Person angezogen werden welche diese braucht um erfolgreich zu sein jeder Mensch sollte darauf achten Dinge zu tun die ihm Freude machen denn wenn sie glücklich sind bei dem was sie vorhaben und tun dann werden sie selbst zu einem Erfolg und dann sind sie auch erfolgreich in ihrem Tun nehmen sie die Tatsache an dass in ihnen eine kreative Kraft wohnt lassen sie dies zu einer aktiven positiven Überzeugung werden diese unbegrenzte Kraft geht sensibel auf ihr Denken ein wenn sie dieses Prinzip und diese Zusammenhänge erkennen verstehen und im täglichen Leben anwenden dann werden sich Zweifel Ängste und Sorgen nach und nach auflösen Der Lieblingsspruch eines Geschäftsfreundes von mir der von Haus aus Schneider ist lautet ich addiere nur ich subtrahiere nie für ihn bedeutet Erfolg ein Pluszeichen der Mensch der beständig eine mentale Einstellung des Vertrauens und der Erwartung des Besten aufrecht erhält muss einfach im Leben Erfolg haben und vorwärts kommen Der Mensch der deprimiert ist verzweifelt niedergeschlagen und mutlos wird laufend Probleme anziehen Angst ist in Wahrheit ein Mangel an Vertrauen in die göttliche Versorgung Es ist eine Glaubenseinstellung die fehlgeleitet ist Angst heißt an die falsche Sache zu glauben Angst ist ein Glauben an Mangel oder daran dass das Gute das einem Menschen zusteht oder zufließen will blockiert oder sonst von ihm ferngehalten wird Das Unterbewusstsein ist das Medium mit dessen Hilfe alle Dinge die sie subjektiv wünschen zu einer objektiven greifbaren Form gebracht werden Sie sind die Person die Anordnungen trifft und Anweisungen gibt in Form von gewohnheitsmäßigen Gedanken Gefühlen Meinungen und Glaubens Überzeugungen Das Unterbewusstsein Gehorcht den Anordnungen welche das Alltagsbewusstsein gibt Wenn Ihr Alltagsbewusstsein allen negativen Gedanken widerstrebt dann können Sie in Ihrem Unterbewusstsein keinen Eindruck hinterlassen Sie werden immun Wenn Sie zum Beispiel sagen Ich wünschte ich wäre gesund dann könnte ich in meiner Arbeit viel erfolgreicher sein Dann sollten Sie jetzt anfangen zu realisieren dass Ihr Körper dem entspricht was Ihr Bewusstsein und Ihr Geist zum Ausdruck bringt Das Unterbewusstsein baut Ihren Körper auf und kontrolliert alle seine lebenswichtigen Funktionen Ihr Alltagsbewusstsein hat haben hat zu verändern die Idee zu verändern die im Unterbewusstsein bestehen Sie können Ihrem Unterbewusstsein die Idee der Gesundheit jedoch erst einprägen wenn Sie vorher wissen dass so etwas überhaupt möglich ist Eine feste Überzeugung und ein starker Glaube daran ist die Voraussetzung Mit Affirmationen können Sie klare Prägungen des Unterbewusstseins erreichen Eine wundervolle Weise das Unterbewusstsein zu prägen vollzieht sich mit disziplinierter oder wissenschaftlicher Imagination Dazu ein Beispiel Falls Ihr Knie angeschwollen ist und Sie hinken stellen Sie sich vor dass Sie Dinge tun würden wie wenn Sie bei bester Gesundheit wären Sie können sagen ich würde mit dem Bus in die Stadt fahren Freunde besuchen auf dem Pferd ausreiten zum schwimmen gehen oder wandern Machen Sie diese psychologischen imaginären Reisen zuerst in Ihrer Vorstellung und malen Sie sich die Einzelheiten so natürlich und lebendig aus wie möglich Fahren Sie mit diesen psychologischen Reisen dann fort Sie wissen doch dass die eigene Motivation eine starke Kraft ist über die Sie bereits verfügen Ein Stuhl bewegt sich beispielsweise nicht von selbst Sie müssen ihn in eine Bewegung versetzen Dasselbe gilt für Ihren Körper Wenn Sie alle Dinge weiterhin tun die sie tun würden wenn sie geheilt wären dann wird diese innere Bewegung das Unterbewusstsein veranlassen den Körper in Übereinstimmung mit dem Bild das sie von sich haben wieder aufzubauen Ich möchte Ihnen zum Ende dieses Hörbuches ein wunderbares Gebet vorstellen in dem es um vollkommene Gesundheit geht Ein Pfarrer aus Südafrika den ich kannte wandte dieses Gebet an und heilte sich damit selbst Mehrere Male am Tage entspannte er sich zunächst vollständig geistig und körperlich und wiederholte dann langsam und ruhig die folgende Affirmation Die Vollkommenheit Gottes kommt jetzt durch mich zum Ausdruck Die Vorstellung von Gesundheit erfüllt jetzt mein gesamtes Unterbewusstsein Das Bild das Gott von mir hat ist ein perfektes Bild Mein Unterbewusstsein regeneriert meinen Körper in völliger Übereinstimmung mit dem vollkommenen Bild von mir das im Geiste Gottes besteht Das ist eine einfache und leichte Methode um ihrem Unterbewusstsein die Idee der vollkommenen Gesundheit zu vermitteln Sie können Vertrauen Selbstvertrauen und Zuversicht entwickeln indem sie erkennen und wissen dass sie nichts daran hindern kann Erfolg zu erzielen Bauen sie eine Sicherheit und Überzeugung in ihrem Bewusstsein auf dass sie jederzeit diese innere Kraft anrufen können um alle Hürden zu überwinden Sie selbst müssen eine Gewissheit und Entschiedenheit besitzen dass sie alles erreichen und leisten können wozu sie sich aufmachen es zu tun Eine solche positive bestärkende mentale Einstellung macht Vertrauen und Selbstvertrauen aus Vermutlich haben sie schon von dem Wort Jesu aus der Bibel gehört das lautet dein Glaube hat dich geheilt und dir geschehe nach deinem Glauben Glauben an Gott ist die Erkenntnis dass es nur eine einzige spirituelle Kraft gibt die allgegenwärtig ist allwissend allmächtig voller Liebe und eine immer zur Verfügung stehende Hilfe in Zeiten der Bedrängnis erkennen und wissen sie dass Gottes Macht auf ihr Denken reagiert Gott ist das Wesen die Essenz des Menschen Gott ist das Leben des Menschen Gott ist unendliche Weisheit grenzenlose Liebe unbegrenzte Weisheit absoluter Segen ewige Harmonie und unbeschreibliche Schönheit sie sind nicht als Schiffbrüchiger in das Meer des Lebens hinausgeworfen und vom Schöpfer des Lebens verlassen worden die göttliche Gegenwart und Macht ist in ihnen sie ist der wichtigste und mächtigste Faktor der zum Erfolg beiträgt entwickeln sie ihre Talente fangen sie an diese Talente zu nutzen sie sind von Gott gegeben haben sie Vertrauen in Gott in die göttliche Macht in seine göttliche Liebe und seine alles überschattende Gegenwart diese göttliche Gegenwart ist immer bei ihnen schützt und führt sie bei jedem Schritt wenn sie sich führen lassen und so werden sie unbesiegbar wie der Psalm sagt Vertraue auf den Herrn und tue Gutes so solltest du im Lande leben und wahrlich du wirst ernährt und versorgt